Deutschland stirbt und im Gegensatz zu Thilo Sarrazin's rührseligem Hängen an der deutschen Kultur, an den Deutschen und an Deutschland ist es gar nicht schlimm, wenn Deutschland stirbt und verschwindet. Das spielt überhaupt keine Rolle. Darum wird es also gehen, warum Deutschland an der eigenen Dummheit stirbt. Aber ihr seht hier schon an dem neuen Bild, News and Talks for the Educated, dass wir jetzt internationalisieren. Wir geben Deutschland auf. Deutschland ist zum Vergessen. Deutschland ist schon tot, weiß es nur noch nicht. Und deswegen sind die wissenschaftlichen Tagesthemen dann heute. Wir bringen jetzt auch parallel dann immer also auch eine kurze englische Sendung raus. Also Deutsche sterben an der Dummheit, sterben aus an der Dummheit. Restwelt auch zu blöd? Das ist die große Frage, die sich stellt. Gibt das noch für die Menschheit insgesamt eine Rettung, wenn Deutschland tatsächlich jetzt zugrunde geht und gar nicht mehr unaufhaltsam zugrunde geht? Ja, wenn man jetzt sieht, was mit der Flüchtlingskrise wieder geschieht, dann sieht man, Deutschland ist unrettbar verloren. Es hat gar keine Immunkräfte mehr, keine Abwehrkräfte mehr. Es hatte keine Immunkräfte gegen die Pharmaindustrie, gegen die Impfindustrie, gegen die Testindustrie. Deutschland hat null Immunsystem. Deutschland hat Sozialbürokratien, hat sozusagen freien Markt und freie Arbeitsteilung auch in den Sozialbürokratien und hat kein Immunsystem dagegen, dagegen, dass nachfolgend nach sozusagen der Erfindung des Sozialstaates sozusagen haben wir keine Abwehrkräfte. Wir haben keine Abwehrkräfte. Wir sind rührselig. Wir wollen alles retten und die ganze Welt retten. Und Kreta Thunberg und Freitas for Future wollen alles retten, nur nicht Deutschland, sondern das Immunsystem bezieht sich auf die ganze Welt. Die wollen immer erst die ganze Welt retten. Ob dabei Deutschland kaputt geht, spielt da keine Rolle in den Überlegungen. Wir sind ein völlig unintelligentes, unter riesigen Intelligenzverlusten leidendes Land. Vielleicht, weil der größte Fehler war, dass Thilo Sarrazin wird ja oft mit Hitler in Verbindung gebracht, so in die rechte Ecke geschoben. Und da ist auch was dran. Ja, da ist leider was Wahres dran. Denn Hitler hatte auch den Wahnsinn, dass er die deutsche Nationation über alles gestellt hat. Und was hat er gemacht? Er hat die jüdische Intelligenz umgebracht, ermordet oder aus dem Lande vertrieben. Und damit hat er einen Großteil der deutschen Intelligenz, der deutschen Erfinder, der deutschen Innovatoren, der deutschen Unternehmer, nämlich die jüdischen, aus dem Land getrieben oder gar ermordet. Und damit vielleicht war das einer der Selbstmordschläge, mit denen wir unsere Intelligenz zerstört haben. Deutschland ist nicht mehr das Land der Dichter und Denker. Das ist das Land der Dummen und Deppen. Ja, das ist nicht mehr zu vermeiden. Und also, wir kommen auf dieses Tagesthema. Hier sehen wir die englische Titelierung von heute, die englische Sendung, für die, die des Englischen mächtig sind. Germans die of stupidity. Rest of the world also too foolish. Xi Jinping. Also man sieht, wir haben auch unsere Verbindungsworte geändert. Wir gehen jetzt auf international China, Russland, England, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Elon Musk, Larry Fink, Blackrock, Kim Jong-un, Boris Johnson. Nee, Boris Johnson ist England. Ach, der steht zweimal drin. Tut mir leid, dann haben wir einen Fehler gemacht, da muss einer raus. Arnold Schwarzenegger, Barack Obama, Bernie Sanders, Noam Chomsky, Donald Trump, Leonardo DiCaprio, Jane Fonda. Jetzt brennt ganz, wie sagt man, Kalifornien, die ganze Westküste brennt ab. Aber das ist eben so. Das ist so. Wenn man nicht kapiert, dass freier Markt und freie Arbeitsteilung alles zerstören, dann ist man nicht in der Lage für irgendwas. Ja, so, mal ein bisschen richten hier. So, ich glaube, jetzt seht ihr das doch ganz schön mit der Gefahr der Spritze, der Grippespritze und der Corona-Spritze und den Tests und all dieses. Aber das ist jetzt und hoffentlich hier. Liebe Partei Wir 2020. Übrigens drehen Sie schneller, weil ich werde gleich wieder viel länger drehen. Unten rechts ist das Zahnrädchen zum schneller drehen. Schluck Wasser. Bitte, liebe Leute von Wir 2020, zerstört nicht diese Partei. Das ist vielleicht noch die letzte Chance, die wir für ganz Deutschland haben. Wir 2020. Liebe Zuhörer, die Sie vielleicht noch zu denen gehören, zu den klügsten Deutschlands gehören, sprechen Sie mit Wir 2020. Ja, dass das jetzt wirklich durchgezogen wird, bevor die Partei kaputt ist. Denn Bodo Schiffmann wird im Moment ständig gesperrt. Und das ist auch ganz logisch, warum er gesperrt wird. Weil er im Moment die Grenze überschreitet zwischen zu sagen, hier ist was falsch, da ist ein Irrtum da, ein vorteilbringender Irrtum, eine Gefährlichkeitsüberschätzung bei Schweinegrippe und Corona. Ja, ja. Und da stimmt was nicht und da müssen wir das System korrigieren. Das sagt aber Bodo Schiffmann im Moment nicht. Die heutige Sendung, die ich gerade eben gesehen habe, benennt andere Menschen als Kakerlaken. Und denken wir an die Demo in München, ja. Warum diese Verstöße. Die Menschen haben Angst, die glauben den vorteilbringenden Irrtum der Pharma- und Impfindustrie. Die glauben die Gefährlichkeitsüberschätzung bei Corona. Die haben Angst. Die bekommen Angst, sobald sich jemand nicht an die Corona-Regeln hält. Ihr kriegt das doch auch mit, dass angeblich Leute sogar geschlagen werden, wenn sie keine Maske aufhaben, wenn sie irgendwo rumlaufen. Und es ist doch ganz klar, Menschen, erstens, wir machen damit 50 Millionen Menschen Angst und Menschen, die Angst haben, werden brandgefährlich, werden hochaggressiv und werden gewalttätig. Und das ist auch verständlich. Außerdem dürfen wir ihnen keine Angst machen, indem wir gegen die Regeln verstoßen, denn das schwächt deren Immunsystem und macht diese Leute krankheitsanfälliger. Wir schaden ihnen allein schon dadurch, dass wir ihnen Angst machen, ihnen eine Angst auslösen, die natürlich aus der Gefährlichkeitsüberschätzung und aus den vorteilbringenden Irrtümern herrührt. Aber wir können doch diese Angst nicht therapieren versuchen, indem wir ihnen diese Angst machen. Das funktioniert nicht, ja. Das funktioniert nicht, ja. Natürlich gibt es die Überlegung, Leute, guckt doch an, nach den Demos gibt es keine Toten, keine Corona-Toten. Ja, aber so weit können die Leute nicht denken. Die kriegen einfach nur Angst, werden geschädigt durch die Angst und schlagen zu. Und es ist doch klar, dass dementsprechend Bodo Schiffmann gesperrt wird und alles gesperrt wird. Wenn er nämlich Menschen als Kakerlaken bezeichnet, Menschen, die also mit diesem Corona-Irrtum zu tun haben. Wenn man sagt, Leute, ihr irrt euch, liebe Leute, ihr irrt euch, ihr müsst das System überdenken. Das System erzeugt vorteilbringende Irrtümer, vermehrt vorteilbringende Irrtümer. Und das System erzeugt vorteilbringende Irrtümer in Form von Gefährlichkeitsüberschätzungen, eine nach der anderen. Das darf man sagen. Aber wenn man sagt, Politik und Medien seien Kakerlaken, dann ist das, oder wenn er von Corona-Lüge spricht, dann sagt er ja, irgendjemand lügt. Ja, jemanden sozusagen beweislos zu verdächtigen als Lügner oder als Kakerlake, das muss zu Sperrungen führen. Das ist also ganz richtig, dass man dann gesperrt wird, weil was soll dann noch folgen? Man wird ja dann zum Revolutionär und genau genommen ist das ja schon eine Art Gewaltaufruf. Ja, auch im Krieg hat man die Gegner als Kakerlaken und als Lügner bezeichnet und so aufgehetzt zur Gewalt gegen den Kriegsgegner. Ja, also, liebe, bitte, wir 2020, liebe Zuhörer, retten Sie die Partei, wir 2020, machen Sie ihr klar, dass die Grenze zur Verschwörungstheorie nicht überschreiten darf. Der Neffe von Kennedy sagt gute Sachen, aber er tendiert auch so ein bisschen in Richtung Verschwörungstheorie und von dem stammt ja auch das Wort Kakerlake und so weiter in diesem Zusammenhang. Und er darf vorsichtig sein, er hat manche gute Einsichten, der Neffe von Kennedy, ich bin ein Berliner, ja, aber er neigt ein klein wenig zur Verschwörungstheorie. Und die führt zu nichts, kann zu nichts anderes führen, außer zu gewaltsamen Revolutionen von rechts oder links oder von mit, spielt keine Rolle. Aber auf jeden Fall ist es verfassungsfeindlich und natürlich muss so etwas gesperrt werden. Also bitte, lieber Bodo Schifflermann, liebe Partei, wir 2020, lieber Doktor der Physik, die Sie daran arbeiten, dass Sie mit den Next Scientists for Future kooperieren. Hören Sie sich diese heutige Sendung an. Deutschland stirbt, wenn nicht wir 2020 jetzt die Rettung vollzieht. Ja, auch Greta Thunberg und Fridays for Future könnten mit den Next Scientists for Future kooperieren und dann würden die Next Scientists for Future auch dafür sorgen, dass Deutschland eben nicht zerstört wird, wie es bis jetzt Greta, also Kretas Pläne und Luisas Pläne würden, wenn wir sie jetzt umsetzen, würden eins zu eins Deutschland total zerstören. Ja, und das würden wir natürlich verhindern, wir würden das Wirtschaftswunder erzeugen und dann aus der Portokasse des Wirtschaftswunders würden wir Deutschland klimaneutral machen. Schluck Wasser. Aber jetzt bitte mal alles jetzt der Reihenfolge nach, also jetzt nochmal alles, das war jetzt der emotionale Teil, die emotionale Begrüßung und jetzt werden wir sachlich. Markus Krall, der Fan des Freien Marktes und der Freien Arbeitsteilung, hat eine Rede gehalten. Der hat wahrscheinlich dieses Jahr wieder diesen Baderpreis bekommen, ja, na gut, also auf jeden Fall war es eine neue Veröffentlichung. Er denkt sich einfach auf dem Reißbrett einen neuen, besseren Staat aus und übersieht ja, Krall sagt ja immer, überzieht sich ja immer irgendwo auf Evolutionsbiologie, ja, versteht es aber nicht richtig. Verwechselt sozusagen Trial and Error, Versuch und Irrtum mit Mutation und Selektion, das ist nicht ganz das Gleiche. Da ist auch ein tieferes, bei Mutation und Selektion ist ein viel tieferes Verständnis von Zusammenhängen drin, als nur Versuch und Irrtum. Ja, Trial and Error aus der Psychologie ist nicht Evolutionsbiologie. Variation und Selektion, Mutation und Selektion ist viel tiefer als Versuch und Irrtum. Und insofern, da zeigt sich immer wieder diese Unkenntnis der Evolutionsbiologie, das Kreationistische. Ja, und deswegen übersieht er aber, dass niemals wir an das Reißbrett zurückgehen können und einen neuen, besseren Staat entwerfen können. Wir müssen immer von dem jetzigen Evolutionsprodukt ausgehen und dieses jetzige Evolutionsprodukt sanft durch die richtigen neuen Rahmenbedingungen sanft und behutsam lenken in eine bessere Evolutionsrichtung. Aber ich kann nicht hingehen, einen besseren Staat mehr ausdenken, denn Krall denkt sich einfach die 800 Politiker weg vom Bundestag und die Landtagsparlamente. Er denkt sich die alle weg und sagt einfach, nein, es gibt jetzt dann zukünftig nur noch 200 Bundestagsabgeordnete. Dagegen werden sich mit Händen und Füßen die 600 anderen wehren, die ihren Posten verlieren würden. Das geht nicht. Das kann man evolutionsbiologisch nicht machen. Man kann den Staat nicht neu schaffen. Wir müssen es so machen, dass die Politiker durch die Wohlfühlsstimme ein eigenes Interesse daran bekommen, bitte schneller drehen, ein eigenes Interesse daran bekommen, dass wenn jemand wegen Altersgründen seinen Bundestagsplatz aufgibt, dass der dann nicht wieder neu besetzt wird, weil die Politiker selbst ein Interesse an der Schrumpfung des Bundestages haben, an der sanften Schrumpfung des Bundestages haben, in dem sozusagen so nach dem Motto, wenn wir weniger sind und effizienter für die Bürger arbeiten und deren Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten und die Wirtschaftswunderdaten des Bundeslandes oder der Kommune, für die wir zuständig sind, dann, wir können dann mehr erreichen, wenn wir frei werdende, also in Rente gehende Politikerposten, Bundestagsabgeordnetenposten nicht mehr neu besetzen. Und das werden die Politiker von selber tun, weil das tut ja niemandem weh und sie erreichen dadurch bessere Wohlfühlstimmen, bessere Gesundheitsdaten, bessere Wirtschaftswunderdaten bei der Bevölkerung derjenigen Bundesländer und Kommunen, für die sie zuständig sind. Nur so kann man das machen. Man muss also den jetzigen Evolutionsstand sanft verändern und keine Radikalkur machen. Das geht in der Evolution nicht, weil dann alle die, die von der Radikalkur betroffen sind, sich mit Klauen und Zähnen dagegen wehren werden. Übrigens gehe ich heute, heute ist große Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen, ich gehe nicht mehr zur Wahl. Ich habe mich entschieden, nicht mehr zur Wahl zu gehen, weil ich habe Deutschland als Leiche aufgegeben. Deutschland ist am Ende. Und da kann Sarrazin noch so sehr viel Tränen darüber vergießen, dass die deutsche Kultur, die deutsche Nation und die Deutschen verschwinden. Aber das ist so. Es ist nicht mehr aufhaltbar. Die sind in einem Selbstmordprogramm drin. Und das kommt aus der Intelligenzminderung. Deutschland ist verdummt. Ja, da kommen wir ja gleich zu. Also, ich gehe nicht mehr wählen. Ich werde nie mehr wählen, weil Deutschland ist tot. Warum soll ich mich mit einer Leiche beschäftigen? Es geht nur noch um die Frage, ob der Rest der Welt, also es gibt nur noch, wir 2020 und Greta und Luisa können Deutschland noch retten. Das Deutsche, also Österreich, Schweiz, den deutschsprachigen Raum noch retten. Und ansonsten machen wir alles in Englisch, in der Hoffnung, dass die Chinesen auch Englisch können. Wir können nur hoffen, dass irgendein Staat auf dieser Erde noch genügend intelligente Menschen hat. Und wenn nicht, dann wird die Menschheit nicht aussterben. Das wäre ja ein Segen. Das wäre ja sozusagen ein Schluck Wasser. Wenn die Menschheit von ihrem Leiden erlöst werden würde. Nein, es wird immer schlimmer werden. Ja, ich habe es ja gestern schon gezeigt. Ja, es ist, nein, es ist die Menschheit. Es wird nicht an dem Segen des Aussterbens. Das ist, na, sorry, da ist was schiefgegangen. So. Da ist was schiefgegangen, ja. Also, die Menschheit wird nicht segensreich hier. Also hier, wir sind jetzt hier. Nur noch 1350 Milliliter Gehirnvolumen, wahrscheinlich weltweit. Und bevor wir jetzt richtig alle richtig feist werden, alle 300 Kilo wiegen und dann nur noch am Rollator irgendwann dahin schleichen, bevor wir, das, da jetzt wäre ja toll, wenn wir alle aussterben würden. Ja, wenn dieses Experiment, große Gehirne, das sich offensichtlich nicht bewährt hat, eventuell gleich ausstirbt, aber das wird nicht kommen. Also, entweder wir kriegen die Kurve und entwickeln uns wieder Richtung größer werdende Gehirne und beenden den freien Markt und die freie Arbeitsteilung, den großen Leidenserzeuger. Oder es läuft einfach so weiter und wir werden immer dicker. Irgendwann wiegen wir vielleicht 500 Kilo und stinken und sind hässlich und entstellt und schleichen mit dem Rollator um. Aber wir leben noch, wir leiden noch weiter. Das heißt also eher, bevor die Menschheit ausstirbt, das glaube ich nicht. Es ist unwahrscheinlich, dass sie ausstirbt. Also so das Glück, dass wir einen Kometeneinschlag bekommen, der irgendwie, den wir nicht abfangen können, damit ist nicht zu rechnen. Ja, also es ist nicht so besonders wahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist, dass wir mit 500 Kilo rumlaufen und nur noch unglücklich sind, nur noch Schmerzen haben, nur noch leiden und bettelarm werden und, und, und. Also ein Ende, ein Leiden ohne Ende ist das, was uns erwartet. Also entweder jetzt Luisa und Greta oder wir 2020 und Bodo Schiffmann retten Deutschland nochmal irgendwie, auf den letzten Drücker hin. Oder wenn sie das nicht können, weil dazu schon die Intelligenz fehlt, dann bestätigt das halt die These, Deutschland ist verloren. Deutschland ist schon tot und weiß es noch nicht. Und deswegen, und dann ist die andere Möglichkeit, gibt es irgendwo auf der Erde noch einen Staat, wo noch genügend intelligente Menschen sind, wo das Gehirn jetzt nicht 1350 Milliliter im Durchschnitt hat, sondern 1400 im Durchschnitt hat oder 1420 oder so. Ja, gibt es noch den einen Staat auf der Erde, der uns retten kann? Kann ich den mit Englisch erreichen? Denn ich kann jetzt nicht auf die schnelle Chinesisch oder Russisch lernen. Ja, Dobry Dien, Katina, wie sieht Nastjenje, mehr kann ich nicht mehr in Russisch. Also sozusagen, ja, also mit wir 2020 würde ich nochmal wählen. Aber ansonsten ist Deutschland tot und jetzt müssen wir gucken, kriegen wir über Englisch noch Kontakt zu einem Staat der Erde, der die Rettung einleiten kann. Denn wenn es ein Staat einleitet, reicht das? Dann würden nämlich alle anderen Staaten auch den Kurs korrigieren und dann wäre die Menschheit gerettet. Aber es muss einen Staat geben, es muss irgendwo einen intelligenten Milliardärskönig geben, einen intelligenten Politikkönig oder einen intelligenten Journalistenkönig. Und einer von den dreien muss riesigen Einfluss haben. Der Bodo Schiffmann würde reichen, aber ja, also gut, gehen wir mal ganz ruhig weiter in dem Drama. Das ist übrigens, ja, das ist, ja, zeitgleich zufällig. Zeitgleich zufällig, dass es mir gesundheitlich schlecht geht, weil ich selbst auch nicht auf die 94 Zentimeter Bauchumfang, also liebe Leute, macht euch klar, Männer, Frauen 80 Zentimeter. Frauen, stellt euch vor den Spiegel nackt, also bauchfrei und dann genau rund um den Bauchnabel vorne das Bandmaß, genau gerade um den Bauchnabel herum messen, weg von den Knochen sozusagen, rund um den Bauchnabel und dann ausatmen, also den Bauch rauskommen lassen und dann messen. Und dann müsst ihr Frauen unter 80 Zentimeter sein, sonst seid ihr schon krank, ja? Nichts Body Mass Index, vergesst das. Body Mass Index ist völlig falsch. Arnold Schwarzenegger hätte zu seinen besten Zeiten als fettsüchtig gegelten, obwohl er kein Fett am Körper hatte. Also Bauch, das ist nur der Bauchumfang. Also Männer unter 94, nur Männer unter 94 Zentimeter sind gesund und nur Frauen unter 80 Zentimeter Bauchnabelumfang sind gesund. Alles andere ist krank. Und wir haben, glaube ich, 60 Prozent aller Männer in Deutschland sind bauchkrank, bauchfettkrank. Und dass ich das selber nicht schaffe, weil durch die vorteilbringenden Irrtümer mein Leben auch so zerstört ist, wie das aller anderen auch, dass ich es nicht schaffe, mit der Esssucht in der Herd zu werden. Wisst ihr, was ich mache? Es gibt eine ganz einfache Lösung. Es gibt zwei mögliche Lösungen. Entweder Sie haben irgendwo einen Kellerraum oder irgendeinen Tresor oder irgendetwas, was Sie abschließen können. Dann schließen Sie also in den Tresor oder in den Kellerraum alles Essware ein, alle Geldkarten, alle Geldscheine, die Sie noch gerade da haben. Bringen Sie alles andere auf die Bank oder bringen Sie die Geldscheine auf die Bank und sperren Sie die Geldkarte weg. Und dann geben Sie einem Bekannten, einem Freund oder Helfer einen der Schlüssel zu dem Tresor. Den zweiten behalten Sie. Oder das zweite Schloss behalten Sie, sodass niemand da dran kann. und dann alles, womit Sie an Essen rankommen könnten, wegsperren. Ja, Bankkarten, Geld. Bei mir reicht Bankkarten, Geld und Musikinstrumente, denn ich würde niemals irgendwo um Essen betteln. Also vermutlich reicht das schon. Das werde ich in ein paar Tagen beginnen. Alles wird umgeräumt und alles dafür vorbereitet am Montag, dass dann das große Fasten beginnt und ich höre nicht auf, bevor ich nicht unter 94 Zentimeter bin. Und dann gucke ich, dass ich die Kraft habe, dass ich dann so gute Laune habe, dass ich die Kraft habe, das zu halten. Denn wir sind alle suchtkrank. Wir sind eine Suchtkultur. Deutschland ist suchtkrank, USA ist schwerst suchtkrank. Da ist das mit dem Übergewicht schon weiter als bei uns. Mit dem Bauchfett. Stellen Sie sich mal vor, Sie messen bei so einem 300 Kilo Menschen das Bauchfett. Da kommen Sie auf 3 mal 98 Zentimeter, 2 mal 94 Zentimeter. Also das heißt, und wenn das nicht hilft, mache ich Folgendes. Wenn ich doch irgendwie an Essen rankomme, vielleicht doch bettele um Essen oder irgendwie um Geld für Essen, dann gebe ich einen von meinen mehreren Wohnungsschlüsseln sozusagen ab, werde eingeschlossen. Und dann muss man nur noch darauf achten, dass man Werkzeuge bereit liegen kann, dass man das schwache Schloss sozusagen zur Not beim Brand oder so aufbrechen kann problemlos, sodass dann keine Gefahr besteht oder man hat irgendwo noch einen Extraschlüssel dann von außen oder man kann dann anrufen und wird dann von außen befreit, wenn es brennt oder so. Auf jeden Fall, also entweder die Tresorlösung und den Schlüssel weggeben, bis man unter 94 oder Frauen unter 80 Zentimeter ist oder sozusagen oder sich einsperren lassen in der Wohnung. Ja, also sowohl, dass auch ja, eben kein Geld, keine Karte, sodass man sich auch nichts liefern lassen kann und und so weiter. Und Leute, machen Sie sich selbst den Gefallen, machen Sie das, gehen Sie so, gehen Sie mit uns jetzt, ich versuche das ab Dienstag circa, werde ich starten mit dem Fasten nochmal. Unter Männer müssen, wenn sie gesund leben wollen, unter 94 Zentimeter und Frauen unter 80 Zentimeter Bauchnabelumfang. Ja, Schluck Wasser. Und ich mache das, Sie können das ja machen, dass Sie irgendeinen Freund oder Freunde haben, die Ihnen vielleicht ein paar hundert Kalorien Gemüse und Obst am Tag liefern. Einmal am Tag für abends, ja. Oder und bei mir ist, ich will so schnell wie möglich wieder Musikkonzerte geben, also werde ich radikal Fasten machen, weil dann geht es ja am schnellsten. Null. Nur Wasser, vielleicht ein Schluck Leinöl, Schluck Omega, also DHA-EPA-Öl, Vitamin D3K2, ein paar Tröpfchen, ein bisschen Magnesium und das war es dann. Und ansonsten schönes, sauberes Leitungswasser. Ja, also, gehen wir mal weiter. Krall irrt sich total. Er hat keine Ahnung von richtiger Evolutionsbiologie und denkt, man könnte vom jetzigen Punkt aus sozusagen einfach nochmal einen Neustart der Bundesrepublik Deutschland machen. Das ist unmöglich. Evolution, es gibt kein Zurück an den Anfang. Es gibt nur ein Jetzt die Evolutionsrichtung verändern. So, so bringt Krall nur alle gegen sich auf, denn die werden ihn jetzt natürlich verteufeln, nachdem er sich nochmal so deutlich gegen die Änderung, für die Änderung des Wahlrechts ausgesprochen hat und so weiter. Also das, da wird er sich jetzt lauter Feinde, immer noch mehr Feinde machen und so weiter. Das Traurige ist aber, dass er eben so viele Fans hat. Das ist ja das eigentlich Traurige. Wieso hat jemand, der sich so tief irrt, so viele Fans? Das ist das, dass Deutschland stirbt, ja. Und auch bei Sarrazin, ja, das ist dieses nationalistische, nationalromantische deutsche Kultur erhalten, deutsche Nation erhalten, deutsche Sprache erhalten. Wozu? Es gibt keinen Sinn in der Evolution, dass etwas, wenn etwas einmal auf dem aussterbenden Ast ist, gibt es keinen Grund, dieser Sache eine Träne nachzuweinen, ja. Also, wir haben ja auch keine Träne geweint, als wir die Indianer ausgerottet haben und die südamerikanischen Indios und so weiter, ja. Das, warum sollen, das Universum wird keine Träne weinen über Deutschland und die Deutschen, ja. Die Deutschen sind einfach nicht intelligent, nicht mehr intelligent genug, für sich selber zu sorgen. Ja, das Beispiel der Flüchtlinge zeigt das. Die Flüchtlinge sind in der Lage, für sich selber zu sorgen. Die sind kommunikativ in der Lage, uns, die Deutschen, auf eine Weise anzusprechen, die dazu führt, dass die Deutschen die Flüchtlinge retten, anstatt eben sogenannte deutsche Asylanlagen neben jedem Krisengebiet der Erde zu errichten und die Leute vor Ort ganz preiswert mit einem Minimum zu versorgen, ohne jegliche Chance jemals nach Deutschland kommen zu dürfen. Also Asyl wird im Nachbarland gewährt. In einem Asyl, einem deutschen Asylanlage und Schluss, niemand kommt mehr wegen Asyl, darf mehr wegen Asyl nach Deutschland. Und wenn er gerade schon an der Grenze ist, dann wird er eben direkt gebracht in eine Asylanlage, die seinem Heimatland am nächsten ist. Aber dazu sind die Deutschen nicht fähig. Die Deutschen können nicht mehr für sich selber sorgen. Sondern die Flüchtlinge können für sich kämpfen und sorgen. Die setzen sich für sich ein. Die kriegen Kinder. Die fähigen Deutschen kriegen keine Kinder mehr. Die sind intelligent genug, Kinder zu bekommen. Die ganzen Flüchtlinge, die ganzen Islamisten, die ganzen Muslime, die sind alle intelligenter als die Deutschen. Die sind intelligent genug, Kinder zu bekommen und sind intelligent genug, dafür zu sorgen, dass sie nach Europa kommen können. Und wir haben kein Immunsystem mehr. Die Deutschen sind so unintelligent, bei denen braucht man nur das richtige Wort zu sagen, dann sind die bereit, alles wegzugeben. Und sie haben kein Immunsystem dagegen. Da wird dann so gesagt, wir sind ja alle so schrecklich reich und mit dem Argument, dass wir alle so schrecklich reich sind, merken wir gar nicht, dass wir längst bettelarm sind. Das heißt, die Deutschen sind nicht überlebensfähig. ja, und dann ist es vielleicht gut, dass jetzt die klügeren Flüchtlinge kommen, die ganzen Muslime und so weiter kommen, die sind klüger, die sind klug genug, Kinder zu bekommen. Die Deutschen sind ja noch nicht mal in der Lage, die Reformen, die 20 Reformen der Next Scientist for Future zu verstehen, die wieder dafür sorgen würden, dass unsere klugen Frauen wieder viele kluge Kinder bekommen würden. Unsere klügsten Männer und unsere klügsten Frauen wieder ein paar Kinder bekommen. Dafür sind die Deutschen nicht mehr intelligent genug. Die Muslime sind klug genug, Kinder zu bekommen. Die Muslime sind klug genug, nach Europa zu kommen. Und dann sterben halt die Deutschen aus. das ist dann gut so, weil die Deutschen sind nicht mal mehr klug genug, Kinder zu bekommen. Die sind gerade noch klug genug, wenn Sarrazin Recht haben sollte, dann sind sie gerade noch klug genug dafür, dass die Hauptschulabbrecherin dafür belohnt wird, viele Kinder zu bekommen und die kluge Frau dafür bestraft wird, mit einem Karriereknick, wenn sie Kinder bekäme jetzt in Deutschland. Also das heißt, und wenn dann die unintelligente Hauptschulabbrecherin viele Kinder bekommt, dann beschleunigt sich ja der Niedergang Deutschlands noch, noch sozusagen. Also das ist doch gar kein Problem, dass die ganzen Muslime nach Deutschland kommen, die sind eben klüger als die Deutschen, weil die Deutschen haben Mangels Intelligenz keine Immunkräfte mehr, keine Abwehrkräfte mehr, keine Selbstverteidigungs Kräfte sozusagen, die Europäer und die Deutschen sind nicht mehr das Land der Dichter und Denker, die sind zu dumm für die Welt. Die Frage ist nur, ob der Rest der Welt auch mittlerweile schon zu dumm ist. Also das heißt, ja, was, 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 ja, das ist das, ja, das Ende steht fest, ne, ja, so, weiter geht's. Es kommen noch viele interessante Punkte, nämlich, woher kommt der Intelligenzverlust? Woran geht Europa zugrunde? Besonders Deutschland? Weswegen? Wodurch wurde dieser Sterbeprozess eingeleitet? Dieser Aussterbeprozess, der scheinbar völlig unaufhaltsam ist? Wenn Greta Greta oder Luisa oder Carla Reemsma, wenn die, wenn Fridays for Future, wenn die jetzt diesen Tod Deutschlands nicht aufhalten können, weil sie dafür nicht intelligent genug sind, dann ist es das gewesen. Dann war's das. Dann müssen wir mit Hans-Werner Sinnwas sagen, ja, dann ist es das gewesen mit Deutschland. Und jetzt, wie gesagt, nochmal, ich hab's vorhin nur angedeutet, wahrscheinlich war der Todesstoß Deutschlands der Hitlerismus, das Nationalistische, das, was man jetzt bei Sarrazin wieder sieht, dieses Hängen am Deutschtum, das Deutschtümeln. Und deswegen hat er dann sozusagen das Jüdische zum Feindbild erklärt und hat aber nicht gesehen, dass die Juden überwiegend die intelligentesten in Deutschland sind, die Menschen jüdischen Glaubens. Und Hitler hat sozusagen die jüdisch-deutsche Intelligenz ausgerottet beziehungsweise ins Ausland getrieben. Ganz viele Juden sind in USA abgewandert und so weiter. Und wer erfindet jetzt die Dinge? Die Amerikaner erfinden das iPhone und Microsoft Windows und Facebook und Google und so weiter. Und die Deutschen sind abgehängt. Die verwalten nur noch ihre Reste. Ihre Reste. Ich habe mir das alles angeschaut. Oder Deutschland hat im Krieg eventuell auch zu viele Intelligente an die Front geschickt. vielleicht hat Hitler der wollte ja auch dass Deutschland dann ganz mit ihm ausstirbt. Hitler hat ja wohl die Idee gehabt wenn die Deutschen zu schwach sind dann sollen sie alle mit ihm aussterben. Er hat sich ja selbst umgebracht seine Frau und er wollte wohl dass alle Deutschen sterben und vielleicht hat er deswegen zu viele Intelligente noch in den in den in die letzten Schlachten geschickt und dadurch haben wir dann einen zu großen Intelligenz fast Lust gehabt so dass wir 1945 möglicherweise schon eine drastisch erniedrigte Intelligenzquotienten durchschnittlich hatten und unser Gehirn vielleicht nicht 1350 Milliliter hatte sondern vielleicht schon 1300 Milliliter ja im Durchschnitt ja das heißt also vielleicht war gerade das ist das verrückte also liebe rechtskriminelle Verfassungsfeinde mit eurer Deutschtümelei die ist vielleicht die Ursache dafür dass gerade deswegen Deutschland notwendig ausstirbt wegen eurer Deutschtümelei weil ihr nicht sehen konntet dass es doch toll ist wenn man aus aller Welt hier ja hier hier aus aller Welt wo ist es aus aller Welt hier sozusagen evolutionsbiologisch klug ist es liebe Leute kommt aus aller Welt alle Genies aus aller Welt egal ob ihr jüdisch seid oder muslimisch oder ob ihr afrikanisch seid indisch seid chinesisch seid kommt alle zu uns denn wir brauchen die frischen Gene hoch intelligenter Leute aus allen Ecken der Welt um unsere Genetik aufzufrischen um intelligentere Kinder zu haben und die Leute die solche hochstehenden hochgebildeten Leute die werden sich wahrscheinlich auch Kinder zeugen mit deutschen klugen Frauen und dann vermischt sich das sehr schnell wir müssen betteln darum bitte liebe Ausländer bitte liebe Ausländer kommt zu uns liebe Milliardäre aus dem Ausland lieber Elon Musk kommt zu uns bringt euren Reichtum und eure Genie mit sozusagen Schluck Wasser eure Genialität mit und eure Gene mit ja und eure guten Gene mit bringt sie unseren klugen Frauen ja und bitte nehmt keine Rücksicht darauf das ist natürlich für jeden ja also hier wenn wir das Ganze noch mal als Erdkugel verstehen also sie sehen nicht die ganze Erdkugel unten sehen sie sie ganz oben sehen sie nicht ganz die geht also hier weiter nehmen sie das als Erdkugel natürlich ist es so dass jeder Mensch eine Teilanpassung hat an die Gegend auf der Erde in der er lebt und wenn er dann nach Deutschland kommt per Flugzeug dann gibt es immer bestimmte Unpassungen darunter leidet aber dann nur der 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 zu uns kommt deswegen müssen wir den bitten Bitte komme zu uns obwohl du damit gesundheitlich eventuell kleine Nachteile riskierst schon deine Kinder werden diese Nachteile wenn du dann mit einer deutschen Frau Kinder bekommst mit deutschen Frauen Kinder bekommst werden diese Nachteile diese gesundheitlichen Nachteile schon sozusagen schon mit den Kindern halbiert und mit den Enkeln dann nochmal halbiert also nur noch ein Viertel und dann werden diese Nachteile vernachlässigbar sein Bitte kommt nach Deutschland und was hat der verrückte Hitler getan mit seiner Deutschtümelei und der Sarrazin mit seiner Deutschtümelei diesen Zustrom zu stoppen obwohl Sarrazin noch so vernünftig ist zu sagen also Hitler war ja so dumm dass er die jüdische Intelligenz quasi weggebracht hat aus Deutschland ausgeschafft hat entweder in den Tod oder ins Ausland aber Sarrazin ist wenigstens noch so klug zu sagen natürlich brauchen wir Zuwanderung aus aller Welt aber bitte doch nur die Genies nur die fähigsten ja und er macht er irrt sich vielleicht indem er denkt dass die Muslime durchschnittlich weniger intelligent sein als die Deutschen das ist vielleicht genau das Gegenteil der Fall die Muslime sind so intelligent intelligent genug um viele Kinder zu bekommen die sind auch intelligent genug nach Deutschland zu kommen und dann viele Kinder zu bekommen und Deutschland zu übernehmen und so weiter und dann politisch auf demokratischen Wege vielleicht die Scharia einzuführen oder was auch immer sie dann einführen aber dazu sind sie intelligent genug die Deutschen sind aber nicht mehr intelligent genug selber sie haben kein geistiges Immunsystem mehr sagen was unsere Kinder als erstes und einziges in der Schule lernen müssten danach müssten sie nur noch sozusagen nur noch gutes lesen schreiben sprechen und rechnen müssen die Kinder lernen und alles andere ist eigentlich unwichtig und was müssen sie noch lernen sie müssen eben lernen hier ich mache es ganz kurz weil ich das schon zigmal gemacht habe in den anderen Sendungen ja was müssen sie lernen also was müssten die Schulkünder lernen denn ja woher kommt das ganze Elend ich werde es nachher erklären ja das kommt über Bismarck es kommt über Hitler kommt dieser Intelligenz Mangel also die Schulen Deutschland hat über Bismarck sozusagen große Sozialbürokratien begründet mehr als jedes andere Land der Erde und da aber freie Arbeitsteilung in den Bürokratien genauso schädlich ist wie freier Markt haben die Bürokratien gegen uns gearbeitet und haben uns geschadet und schaden uns jeden Tag mehr ja und diese Sozialbürokratien das Sozialbürokratische im Lehrertum führt auch dazu dass die Bildung immer schlechter geworden ist und immer mehr Unnötiges unterrichtet wird und das Nötige was wir dringendst brauchen damit Menschen Erfinder werden können geniale Unternehmer geniale Erfinder das unterrichten wir nicht mehr und damit sie auch geniale Politiker werden können und den Staat genial gestalten können brauchen sie die naturwissenschaftliche Grundausbildung und die sage ich jetzt noch mal ganz schnell das ist das müsste das Haupt also das müsste das Kind von der ersten Klasse an müsste das lernen egal wie viel sie davon schon verstehen können wie viel noch nicht also ganz kurz 13,8 Milliarden Urknall 10 Milliarden vor 10 Milliarden Jahren Entstehung Milchstraße vor 5 Milliarden Jahren Entstehung Sonnensystem vor 4 bis 3 Milliarden Jahren Großwerden von DNS und Leben auf der Erde vor 65 Millionen Jahren Kometeneinschlag Aufstieg der Säugetiere auf dem Rücken der sterbenden Dinosaurier vor dann vor 13,8 Millionen Jahren menschenähnliche ja sozusagen alles was dann passiert ist aufrechter Gang fell loswerden Verlust der Eckzähne hohe Kooperativität Erfindung Erfindung von Technik Evolution der Technikhände im Gegensatz zu Kletterhänden größer werden das Gehirn und so weiter ja und dann vor 400.000 Jahren schreckliche Erfindung das von freiem Tausch freiem Tauschhandel freiem Markt und freier Arbeitsteilung das hat uns das Knick gebrochen da seitdem ging es bergab beziehungsweise die Bergaufbewegung wurde abgebremst und wurde dann bei 1500 Milliliter ins Umkippen gebracht also wo ist es hier ist es also hier vor 400.000 Jahren wurde dann das größer werden des Gehirns abgebremst erreichte bei 1500 Milliliter ein Maximum und wurde dann durch die Schädlichkeit von freiem Markt und Arbeitsteilung auf 1350 runtergeknüppelt und dann durch Bismarck und Hitler wurden also dann die freie Arbeitsteilungsmäßigen Sozialbürokratien groß das führte zum drastischen Gehirnschwund besonders in Deutschland und aufgrund des drastischen Gehirnschwundes in Deutschland kam so ein Intelligenz mäßig Geminderter wie Adolf Hitler an die Macht und hat dann noch die jüdische Intelligenz aus Deutschland raus geschafft brutals sozusagen und dadurch wurde das Gehirnvolumen der Deutschen noch kleiner und das dürfte die Grundlage sein warum Deutschland jetzt unaufhaltsam dem Aussterben entgegensteuert nicht dem ja die Deutschen vielleicht dem Aussterben oder vielleicht überleben die deutschen Hauptschülerinnen noch ja die Hauptschulabbrecher überleben noch mit weil die noch ein paar Kinder bekommen aber sie spielen dann in der Welt keine Rolle mehr ja und die interessante Frage ist jetzt nur noch schaffen wir 2020 Greta Thunberg Luisa Neubauer Carla Rehmsmann noch die Wende mit den Next Scientists Tests for Future zusammen oder ist das unaufhaltsam ist eventuell Bodo Schiffmann schon an die Verschwörungstheorien verloren ja das wird die Frage sein und 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 gibt es irgendwo auf der Welt noch sozusagen Leute die intelligent genug sind sozusagen hier Greta ja wo ist übrigens der Artikel ich zeige es mal gerade schnell ja das ist dieser Artikel da steht das mit dem Angebot holen Greta Thunberg und die for futures die gewünschten 900 Milliarden fürs Klima ab und das das Angebot ist schon am 19.05. 2019 gewesen und seitdem reicht die Intelligenz dieser Leute nicht aus dieses Angebot anzunehmen ja schrecklich ja aber es ist so und daran wird daran wird Deutschland zugrunde gehen das ist halt einfach so und ja das und was müssen also die dann lernen noch also was was ist noch das Basiswissen der Rest ist dann Physik Chemie oder also alles was Erfinder macht und gute Unternehmer macht ja und rechnen schreiben lesen gutes sprechen und ja das diese Grundfertigkeiten alles andere können wir rausstreichen aus der Schulbildung ja also diesen ganzen Schrott brauchen wir nicht ja das geht aber nur durch die Bildungsreform der Next Scientists for Future ohne den geht das nicht ja und das Entscheidende ist dass man halt wo ist es habe ich noch irgendein Bild was ich zeigen muss ja dass wir also hier ja also wie gesagt gibt es noch einen Staat gibt es noch irgendwo einen Milliardärskönig einen Politikkönig einen Lobbyistenkönig oder einen Journalistenkönig der die Next Scientist for Future verstehen kann gibt es da noch einen auf der Welt oder ist es schon zu spät ja denn was muss jetzt geschehen die Wohlfühlstimme die Gesundheitsdaten die Langlebigkeitsdaten und die Wirtschaftswunderdaten und viele andere kleinere sogenannte Steuerelemente müssen dafür sorgen dass die vorteilbringenden Irrtümer sofort gestoppt werden und durch zukünftig vorteilbringende Wahrheit sofort von einem Tag auf den anderen ersetzt werden und dann die ganze Evolution positiv verläuft der gesamten Menschheit oder jetzt Deutschlands oder eben Chinas oder der USA oder England oder was auch immer Indien oder was auch immer ja nur wie gesagt unser großer Fehler als Weltrat und Next Scientist for Future war dass wir zu lange wahrscheinlich an Deutschland gehangen haben ja und leider haben wir können wir kein Chinesisch also ich wüsste nicht welcher unserer Professoren jetzt sehr gut in Chinesisch oder in Russisch oder in Indisch ist oder so wir können nur Englisch machen ich werde gleich nachher auch eine englische Sendung sprechen ja aber Schluck Wasser oder vielleicht kann uns das jemand in die Kommentare schreiben gibt es automatische englischsprachige Übersetzungs Untertitel gibt es gibt es da eine Maschine die das übersetzen kann gibt es das bei YouTube interessante Frage Ja also ja und vielleicht hat Hitler dann noch also Bismarck hat die durchschnittliche Intelligenz reduziert mit einem Übermaß an Sozialbürokratismus also von freier Arbeitsteilung in den Bürokratien die Bürokratie selbst ist nicht das Problem es ist die freie Arbeitsteilung in der Bürokratie ja und weil dann sozusagen jede Bürokratie gegen die Gesellschaft arbeitet und schädlich wird für die Gesellschaft ja das Arbeitsamt wird zum Verwalter der Arbeitslosigkeit und nicht zum Beender der Arbeitslosigkeit ja weil die freie Arbeitsteilung automatisch dazu führt ja ja das bedeutet also letztendlich ja also Bismarck hat das Gehirn verkleinert das durchschnittliche Gehirn verkleinert Hitler kam deswegen an die Macht jemand mit kleinem Gehirn kam deswegen an die Macht und vertreibt die mit den größeren Gehirnen die jüdische Intelligenz aus dem Lande dann schickt er vielleicht noch viele intelligente Deutsche in den Tod im Endkampf um den Endsieg also die eigentliche Endniederlage und dadurch wurde das Gehirn der Deutschen noch kleiner jetzt haben sie keinerlei Immunkräfte mehr keine Immunfähigkeiten mehr sind hilflos allem ausgeliefert und haben keine Chance mehr sind haben keine Kampfkraft mehr in Deutschland sprechen viele davon dass man Deutschland sofort militarisieren sollte sofort jegliche Waffenproduktion verbieten sollte und so weiter ja wir haben null Abwehrkräfte ja also wir sozusagen man hätte früher gesagt Wehrzersetzung also wir die 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 Fähigkeit unsere eigene Immunkraft unsere Wehrfähigkeit wird zersetzt durch unseren Intelligenz Mangel also kann ich eigentlich nur noch aufrufen wenn jetzt nicht schnell was kommt von wir 2020 Bodo Schiffmann Greta Thunberg Luisa Neubauer Carla Remsma und so weiter Fridays for Future dann sollten kann ich eigentlich nur empfehlen guten Gewissens dass alle die im deutschsprachigen Raum noch intelligent und leistungsfähig genug sind dass sie das sinkende Schiff so schnell wie möglich verlassen sollten Richtung England USA China und so weiter denn das wird hier nichts mehr mit Deutschland ja es lohnt sich nicht hier irgendwelche Rettungsversuche zu machen man sieht ja auch welche Qualität die Rettungsversuche haben ja Markus Krall Hans-Werner Sinn Professor Achim Truger von den Wirtschaftsweisen also das sind alles sogenannte Verschlimmbesserungs Rettungsversuche die das Ganze nur noch schlimmer machen würden ne das 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 geht nicht ne ja die also nochmal der Kernsatz die Flüchtlinge gegen die Sarrazin ja irgendwo ohne Grundstimmung hat die Flüchtlinge sind intelligent genug sich in Europa kommunikativ Nahrung Lebensraum und so weiter zu verschaffen die Deutschen verfügen über keinerlei Selbstverteidigungsfähigkeit denn die ist gekoppelt mit der Gehirngröße mit der Intelligenz die Deutschen Gehirne sind zu klein schon ja im Durchschnitt und ich habe mein ganzes Leben darunter gelitten dass ich leider so ein großes Gehirn per Zufall bekommen habe und aber es ist eben weil mein Vater ein offensichtlich ein super großes Gehirn hatte mein Großvater mütterlicherseits ein super großes Gehirn hatte und das kam dann leider zusammen bei mir genetisch ja und ich leide darunter schrecklich mein ganzes Leben und ich weiß nicht wie viele unserer darüber haben wir noch nicht gesprochen wie viele der 23 Professoren des World Council des Weltrates auch darunter gelitten haben und leiden bei manchen in den Talks hatte ich schon den Eindruck dass sie auch sehr unter ihrer Klugheit leiden in Deutschland denn es leiden immer die Klugen unter den Dummen das ist einfach so das ist ja und wie gesagt viele neigen in Deutschland zu vorzeitiger militärischer Selbstentwaffnung also nicht im Rahmen einer gleichzeitigen weltweiten Abrüstung sondern einer vorzeitigen militärischen Selbstentwaffnung ja und das zeigt ja dass in Deutschland keine Intelligenz mehr ist da ist nichts mehr da ist kein Gehirn mehr ja ja und dann haben wir eben da unintelligentes Lehrertum haben wir uns wie erzeugt das hat uns ja auch Hans-Werner Sinn verraten in der Sendung bei Thilo Jung wir bezahlen die Lehre nicht mehr fürstlich sondern nur noch niedrig dadurch haben wir nur noch unintelligente als Lehrer bekommen und unintelligente als Lehrer führen zu noch unintelligenteren Kindern ja weil schlechte Bildung und schlechte Gene das gibt dann die völlige Intelligenzminderung ja und unsere krankmachende Ernährung wir sind nicht resistent gegen die Nahrungskonzerne nicht gegen die Pharmakonzerne nicht gegen die Impfkonzerne nicht gegen die Medizinkonzerne wir sind gegen nichts mehr immun ja wir sind gegen gar nichts immun und ja und sozusagen dadurch werden wir ernährungsmäßig vergiftet wie es in den USA noch krasser der Fall ist und sozusagen und dadurch wird unsere Intelligenz noch einmal drastisch reduziert ja ja also das heißt wir müssen natürlich wir brauchen die Bildungsreform der Next Scientists for Future gekoppelt mit einer drastischen Erhöhung der Lehrergehälter damit wir damit die Klügsten nicht mehr nur ins Management gehen sondern die Klügsten wieder Lehrer werden und Hochschullehrer werden ja Lehrer werden vor allem und dann ja wir müssen die Fehlanreize korrigieren ja also ich sag's nochmal kurz zu Ende also wir müssen mit der Wohlfühlstimme müssen die Schüler in der Schule verstehen die Gesundheitsdaten die Langlebigkeitsdaten die daraus berechneten Verdienstzuschläge die die Wirtschaft lenken dahin Lebensqualität zu verbessern Lebensfreude zu verbessern tausendfach Gesundheit tausendfach zu verbessern Langlebigkeit bis zu maximal 127 zu verlängern denn nur doch dafür gibt es in Zukunft Verdienstzuschläge Verdienstzuschläge oder Zuschüsse Schluckwasser ja und wenn ich mir jetzt vorstelle dass diese Sendung heute vielleicht 100 Klicks kriegt oder 200 oder 300 oder 50 oder 20 dann muss ich doch sagen dann ist doch Deutschland schon tot ja wenn wenn die Menschen alle die Masse der Menschen lauter so kleine Gehirne haben dass sie sich allen möglichen Unsinn und allen möglichen Irrtumskonzepte tausendfach hunderttausendfach und millionenfach anklicken aber dort wo sie die Wahrheit erfahren nicht anklicken dann ist doch Deutschland schon gestorben ja dann ist es doch schon tot ja ja so ja und wie gesagt die Lehrpläne sind natürlich dann auch weltfremd geworden durch diesen Mangel an der Bildungsreform und das zu niedrige Geld für Lehrer ja also ich habe ja grob angedeutet also die müssen die Evolution des Universums und die Evolution der Menschheit grundsätzlich verstehen und was daraus für die Politik resultiert an Notwendigkeiten ja lesen, schreiben und rechnen und sprechen und ansonsten müssen sie nur noch unterrichtet kriegen was ihnen hilft weltbeste Erfinder Entwickler Erforscher Unternehmer zu werden ja und alles andere brauchen wir nicht alles andere rausstreichen aus dem Bildungsplan ja also die Next Scientists for Future wollen aus völlig anderen Gründen als ein Markus Krall das Gesundheitsschrumpfen des Staatlichen die wollen das Gesundheitsschrumpfen indem diese Bürokratie Monster die Sozialbürokratie Monster sich durch positive Anreizsetzungen durch Wohlfühlstimmen Gesundheitsdaten Langlebigkeitsdaten und andere Steuerelemente sich total gesund schrumpfen aber nicht so wie der Krall das will Markus Krall das will so wie er das will kann das nicht funktionieren ja vor allem werden sich dann auch alle diese Bürokratien mit Händen und Füßen dagegen wehren während sie sich gegen die Wohlfühlstimme nicht wehren würden Kreta ja warum sind Kreta Thunberg und Fridays for Future in Deutschland ganz groß viel größer als in jedem anderen Land der Welt ja eben weil die Intelligenz in Deutschland schon so gering ist und die Gehirne so klein sind dass solche Selbstmordideen wie einfach mal so eben Deutschland auf eigene Kosten zu demjenigen machen der die Erde kühlt und damit den anderen Staaten der Erde die Möglichkeit zu geben dass die die Erde weiter aufheizen können weil Deutschland kühlt ja auf eigene Kosten das ist ein Selbstmordprogramm ja das geht nur mit den Next Scientists for Future die in Deutschland einen Wirtschaftswundervorsprung erzeugen und daraus dann die Klimaneutralität bezahlen und die anderen Staaten kriegen dann die Reformen der Next Scientists for Future nur weil allein kann das kein Staat und dafür reicht die Intelligenz nicht aus die brauchen die 23 Professoren ja Professorinnen und so weiter und die kriegen die nur wenn sie den gleichen Klimaneutralität erreichen wie Deutschland ja und also parallel dazu sie kriegen die ersten Reformen und nur wenn sie die Gelder die sie dafür gewinnen eben dann auch für den Klimaschutz verwenden kriegen sie die weiteren Reformen und ansonsten kriegen sie es nicht und es ist eben nicht so dass man das jetzt einfach mal so eben im Internet nachlesen könnte und dann könnte man das nein wenn sie keine 40 Jahre lang wissenschaftliche Ausbildung haben in Evolutionsbiologie und eben nicht wenn sie nicht der Weltbeste also wenn sie kein Darwin Nachfolger sind dann können sie das nicht mit den Reformen sie müssen evolutionär fühlen gelernt haben und wenn sie das nicht können das können nur die Leute mit den größten Gehirnen auf der Erde ich habe Jahre gebraucht bis ich allmählich anfing nach Lektüre von tausenden von evolutionsbiologischen Büchern bis ich anfing evolutionsbiologisch zu fühlen das kann man nicht da braucht die USA auch wenn die da ein Genie hätten der müsste 40 Jahre genau mit diesem Ziel studieren bis er das könnte Klimagerechtigkeit in Deutschland also ganz großes Stichwort meint ja in Wirklichkeit der dritten Welt zu geben und selber zu verarmen mit dem Hinweis Deutschland ist ja so schrecklich reich schenkt alles Deutschland der dritten Welt über Klimagerechtigkeit als Stichwort und dann ist Deutschland kaputt und völlig verarmt ja und das ist unaufhaltsam das ist also ich habe bis jetzt ich habe hunderte von Sendungen gemacht immer so appelliert ja Deutschland bitte Österreich Schweiz Deutschland bitte bekommt die Kurve das ist Geschichte die können die Kurve nicht kriegen ja gucken sie sich an wenn sie irgendwelche Bettler wir haben hier in Köln überall Bettler aus dem Ausland die haben viel mehr Kraft als wir die sind viel stärker als wir die setzen sich dahin und haben die Kraft die Deutschen dazu zu bringen sie zu ernähren ja die sind stärker die Deutschen haben keine Abwehrkraft wenn ein Bettler kommt die können sich nicht wehren die müssen dem was geben ich sehe das jeden Tag die haben den Zwang die Deutschen haben den Zwang dem was geben zu müssen die haben kein Immunsystem gegen Bettler die haben keine Wehrfähigkeit nichts ja und deswegen die Bettler sind klüger als sie die Bettler sind intelligenter die haben die die sind die haben die Intelligenz sich Nahrung zu beschaffen und viele Kinder zu bekommen weil sie intelligenter sind als die Deutschen die Deutschen sind so unintelligent dass sie kein Immunsystem mehr haben die Erfindung des Freien Ungelenkten Sozialstaates freie Arbeitsteilung als Grundlage des Niedergangs ja also ja habe ich ja eben schon erklärt Bismarck mit seinem überbordenden Sozialstaat hat die Grundlage für das Schrümpfen der Deutschen Gehirne gelegt dann kam noch der Röntgenfluch dazu ja also wir müssen uns klar sein was haben die Deutschen in den letzten ich habe alles durchgeguckt mal so auf die Schnelle ganz oberflächlich was haben die Deutschen denn überhaupt erfunden noch sie haben das Röntgen erfunden und das macht uns jetzt krank weil wir alle viel zu oft geröntgen werden dann haben die Deutschen das Aspirin erfunden also Pharmakonzerne mäßig und jetzt werden die Leute alle krank durch Tabletten durch zu viele Tabletten ja der Aspirinfluch die Deutschen haben die Kamera erfunden das Tonband das Fernsehen die das Düsentriebwerk 1936 erfunden alles schön und gut aber alles nicht bahnbrechend wichtig auch vor allem heutzutage nicht mehr wichtig heutzutage brauchen wir nur noch Digitalkameras wenn überhaupt wir brauchen nur noch digitale Tonaufnahmen wir brauchen nicht mehr das Tonband wir brauchen auch kein Fernsehen mehr wir brauchen nur noch Computer na ok die Deutschen haben den Hubschrauber erfunden 1941 angeblich den Computer erfunden aber wo werden jetzt die die besseren neuen Computer erfunden nicht in Deutschland ja weil Deutschland das Gehirn der Deutschen durchschnittlich immer kleiner geworden ist ja ja das passt doch 1941 wird noch der Computer erfunden und dann wo dann die jüdische Intelligenz weg ist und die die intelligenten Deutschen im Kriege entverheizt wurden im Endkampf entverheizt wurden da war es dann vorbei mit der deutschen Intelligenz was wurde dann noch erfunden in Deutschland 1949 die Currywurst also die das eines der krankmachendsten Ernährungsvergiftungsmittel das auch aufs Gehirn schlägt wurde erfunden in Deutschland die Currywurst ja dann wurde noch 51 der Scanner erfunden äh die 1953 die Fußball Stollenschuhe das passt dazu zu mehr reicht die Intelligenz der Deutschen nicht mehr als sich mit den mit Fußballschuhen mit Stahlkappen in die Knochen zu treten oder so ähnlich ja oder mit Stahlstollen in die Knochen zu treten dafür reicht es zu mehr reicht es in Deutschland nicht mehr ja wann war der wann war das 1954 Weltmeister Fußball oder 56 oder so ja also Fußballschuhe erfunden Stollenschuhe ja 1958 der Dübel der von der Fischer vom Fischer Schluck Wasser 1961 der Pillenfluch die Frauen wurden beschädigt ja wurden gezwungen anstatt dass man ihnen die Erlaubnis gegeben hätte mein Neugeborenes gehört mir hat man die Frauen gezwungen rein in den Pillenfluch und hat ihre ganze Hormonlage so verändert dass sie jetzt Kinder bekommen mit Partnern Kinder Partner sich suchen aufgrund einer veränderten Hormonlage sich Partner suchen die vom Immunsystem her gar nicht und vom Geruch her eigentlich gar nicht zu ihnen passen und die eigentlich eher sozusagen eher so ja eigentlich sind sie ja sie suchen als Schwangere also die Pille führt ja dazu dass sie hormonell als Schwangere eigentlich Softies suchen die die das Kind betreuen und nicht gute Gene um erst mal schwanger zu werden ja also das heißt durch die Pille wurden die Frauen hormonell so verändert dass sie sich lauter Partner suchen mit denen sie dann wenn sie die Pille absetzen Kinder bekommen obwohl das eigentlich vom Immunsystem her eigentlich gar nicht die richtigen Partner sind ja aber durch die veränderte Hormonlage suchen sie sich automatisch die falschen Partner also der Pillenfluch den haben die Deutschen erfunden ja und deswegen ist es ja kein Wunder dass Deutschland auch so hörig ist jetzt bei Corona das hörigste Land der Erde ist ja ja weil sie sie haben keine Abwehr gegen die Pharmaindustrie die Deutschen mehr die haben keine Intelligenz gegen die Pharmaindustrie mehr ja wenn ich jetzt an die vielen an die 100 Kommentare denke die jetzt die Leute bei meinem Auftritt jetzt beim Corona-Ausschuss hinterlassen haben da könnte man ja hoffen aber das ist zu wenig es hat ja keine Folgen wenn so ein paar Leute so mal so ein paar Prozent von dem verstehen was ich gesagt habe einer hat es richtig geschrieben ein Kommentator oder eine Kommentatorin die hat es gesagt ja aber die die Leute können es irgendwie nicht richtig verstehen ja das ist es eben da ist das Gehirn nicht ausreichend ja denn an sich müssten doch diese Kommentatoren alle aufstehen und sagen hier überall Leute nur noch Next Scientist for Future ja nix kommt aber nix dann wurde 1969 von den Deutschen die Chipkarte erfunden naja gut auf die hätten wir zwar zichten können 1971 der Airbag 1987 das MP3 auch alles nicht relevant 1991 die Funkarmbanduhr habe ich eine ja das ist alles schön und gut der 1993 der grüne Kühlschrank 2002 2002 die Twin Aufzüge also dass man Aufzugsschächte mit mehr Aufzügen bestücken kann mit mehreren ja ja aber was ist dann die großen Erfindungen iPhone USA Facebook USA Windows USA ja was was kommt noch aus Deutschland nichts mehr damals das Automobil ja Fußballtreterei sich die Knochen gegenseitig kaputt treten aufgrund von Intelligenzmangel und dafür Stollenschuhe und Autorasereien und mit dem Auto rumrasen und 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 sich im Straßenverkehr gegenseitig zu Tode fahren Giftstoffe aus den Autos Plastik aus dem Plastik der Autos einatmen die die Abgase der anderen einatmen mit den Abgasen ganz Deutschland vergiften ja das kann Deutschland ja aber alles andere kann Deutschland nicht mehr und das heißt Deutschland verwaltet nur noch die alten Erfindungen und ist bald weg vom Fenster weil irgendwann kommen die selbstfahrenden Autos die selbst fahrende öffentliche Mobilität in kleinteilige öffentliche Mobilität ja jeder steigt dann schnell mal in ein selbstfahrendes Auto ein das sich selbst reinigt also das dann innen sich ausduscht sozusagen nach jedem Nutzer und dann Luft trocknet ja sozusagen so dass jeder ein hygienisches Auto kriegt das viel sauberer ist als das Privatauto und dann ist vorbei mit Mercedes Benz das ist dann Geschichte dann weiter geht's ja die freie Argumentekultur von der Schenker Bewegung ja von Jürgen Wagner FF die wäre notwendig ja ja aber vor ein paar Tagen hatten wir die letzte Talkshow aber wenn man sich mal das Ergebnis nüchtern ansieht dann sieht man ja was was macht unser Bildungssystem was machen unsere Kinder mit den Leuten äh unsere Eltern mit den Kindern ja was was machen Menschen wenn sie immer immer unintelligenter werden je je unintelligenter Menschen werden desto mehr überschätzen sie kommen sie in einen Dummheitsgrößenwahn rein sie überschätzen sich selber so wie Hitler sich selber überschätzt hat er war eigentlich unheimlich ungebildet und unintelligent hat sich aber weit überschätzt und hier genauso geben heute die Eltern dem Kind ja durch unsere kranke Pädagogik geben die Eltern dem Kind das Gefühl du kannst alles du bist der Größte du bist die Schönste die Hübsischste du bist das du bist einfach super überlegen über allem und jetzt gehen die Kinder raus die Fridays for Future Kinder raus und leben in dem Größenwahnsinn sie wüssten wie die Welt funktioniert und könnten irgendwie mitreden bei Klima und bei 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 ernsthaften Problemen der Erwachsenen und haben den Größenwahn ja weil den Kindern von den Eltern und den Lehrern nicht mehr gesagt wird was sie alles nicht können ja den Lehrer und die Eltern müssten die müssten ihren Kindern immer wieder sagen hier hoppla du hast jetzt hier eine 3 in Mathe und du hast schon seit Jahren eine 3 in Mathe vergiss es du gehörst zu den Dümmeren ja wenn du nicht eine 1 in Mathe hast dann gehörst du nicht zu den Klugen ja vergiss es wenn du in der Universität nicht mindestens die Durchschnittsnote 1,3 hast in allen großen Prüfungen vergiss es du gehörst zu den Dummen ja das du kannst nichts du kannst rede lieber nicht mit halte den Mund ja geh auch besser nicht wählen lass die Klugen wählen ja das sagen die Eltern den Kindern nicht mehr und die Lehrer auch nicht sondern die sagen du bist der Größte der Schönste der Hübscheste du bist der König du bist alles ja und dann werden die alle größenwahnsinnig in Deutschland ja je dümmer Deutschland wird desto größenwahnsinniger werden und jeder denkt er könnte die Welt retten ohne was gelernt zu haben und deswegen haben wir in Deutschland Millionen Weltverbesserungskonzepte die alle unrealistisch sind außer dem Konzept der Next Scientist for Future wir können noch dazu nehmen Christian Fellber und die Gemeinwohlökonomie da lohnt es sich wenigstens noch mal hinzuhören ja und wir können noch diskutieren über Bürgerräte Bürgerversammlungen und Volksentscheide aber alles andere ist so weit jenseits jeglicher Realität das vergesst es ja ich will ich will nicht nur Werbung für Next Scientist for Future machen ich mache jetzt Aktivwerbung für Gemeinwohlökonomie und obwohl ich sie für verfehlt halte aber das ist immer noch das Beste was wir noch haben Gemeinwohlökonomie Christian Fellber und was wir noch an Parteien haben wenn wir 2020 nichts wird wir haben gerade noch die ÖTP aber die ökologisch demokratische Partei aber die entgleist auch Richtung links radikal langsam immer mehr wir haben sonst nichts mehr ja wir haben nichts mehr es ist alles weg es ist alles kaputt ja und mit diesem Größenwahn haben wir jetzt Millionen Denkansätze in Deutschland die den Blick auf die Next Scientist for Future versperren weil jeder ja sich für den Größten hält ohne sich zu fragen wie viele Professoren haben denn über mich geschrieben dass ich ein Ausnahmetalent bin war ich denn im Abitur irgendwie ein Genie ja wenn ich das nicht war vergiss es dann gehört man auf keinen Fall zu den Klügsten ja vergiss es da müsste man diesen Leuten müsste man sagen wenn du nicht am Gymnasium zu den Allergenialsten gehörst und wenn du an der Universität nicht zu den Allergenialsten gehörst und wenn du da nicht auffällig geworden bist als Genie vergiss es dann gehörst du zu den Dummen ja und dann rede nicht mit und halte den Mund und stör nicht wenn vernünftige reden und aber im Moment haben wir Millionen Leute die alle Heilslehren das ganze Internetfernsehen ist voll mit lauter Heilslehren von völlig unintelligenten Menschen die aber alle denken sie wären die Größten sind alle total größenwahnsinnig ja das ist das Dilemma und dann kommt jetzt eben noch dazu dass eben die Demoverstöße kommen noch dazu aber das habe ich glaube ich schon gesagt es geht nicht an wir dürfen doch nicht denen die jetzt Angst haben künstlich Angst machen indem wir uns nicht an die Regeln auf den Demonstrationen halten ja schafft wir 2020 das ist wir ist in wir 2020 genügend Intelligenz ist in der ÖDP genügend Intelligenz um die Next Scientist for Future jetzt sofort zu übernehmen ist bei Greta Luisa und Carla genügend Intelligenz bei Fridays for Future oder ist das alles zum Sterben verurteilt ja ja wie gesagt bitte lieber Budo Schiffmann hören Sie auf damit andere Menschen für schlecht zu empfinden es ist nur ein Systemfehler lassen Sie uns morgen die Welt retten wenn Sie das nicht schaffen und Greta es nicht schafft und Luisa es nicht schaffen dann ist Deutschland endgültig verloren ich sehe keinen Grund warum dieser laufende Aussterbensprozess in dem sich Deutschland befindet warum der durch irgendwas gestoppt werden sollte ich sehe keinen Grund sehen Sie einen dann bitte in die Kommentare rein also ich mache jetzt englische Sendungen und ich kann sein dass wir die die deutschen Sendungen in der Häufigkeit drastisch reduzieren jetzt noch mal zum Schluss die Tagesthemen ja ich glaube ich habe alles gesagt dass dies wird die Frage sein gibt es irgendwo in der Restwelt einen intelligenten Politikkönig einen Journalistenkönig einen Milliardärskönig einen Staat einen klugen Staat das würde ja bedeuten einen klugen Politikkönig und wir wenden uns eben wie gesagt wir wenden uns der internationalen Welt zu und ja ich habe alles gesagt zu Greta Thunberg und Fridays for Future und dem Größenwahnsinn ich habe alles zu Corona gesagt ich habe alles zu dem Problem von Markus Krall dass er eben die Evolutionsbiologie nicht kennt und das Versuch und Irrtum der Psychologie für Evolutionsbiologie hält seinen Zentralirrtum ja und ich habe alles über die die ja völkischen Irrtümer eines Thilo Sarrazin gesagt seine sein Deutschnationalismus sein Deutschtümelei seine Liebe zur deutschen Sprache zur deutschen Nation zur deutschen Kultur vergiss das doch alles das ist doch alles irrelevant genau diese deutsche Kultur hat uns doch die kleiner werdenden Gehirne verschafft hat also den Gehirnschwund erzeugt eventuell über Bismarck über die Sozialreformen über die über Hitler über über die Ausrottung des Deutschjudentums also der deutsch-jüdischen Intelligenz ja also darüber hat doch genau diese deutsche Kultur hat uns doch die Selbstzerstörung gebracht ja warum soll ich lieber Herr Sarrazin warum sollen wir an Deutschland hängen wenn genau an der deutschen Kultur hängen wenn genau diese deutsche Kultur uns doch dieses Aussterben gebracht hat und die Neonazis die kriminellen rechts rechtskriminellen Verfassungsfeinde und die linkskriminellen Verfassungsfeinde gebracht hat die Antifa gebracht hat und die Faschisten gebracht hat die Neofaschisten ja warum sollten wir diese Kultur retten überlassen wir doch das Land lieber den klugen Muslimen den klugen Flüchtlingen den klugen Bettlern die sind klug genug viele Kinder zu bekommen die sind klug genug sich Ressourcen zu verschaffen sich Geld zu verschaffen die sind intelligent die Deutschen nicht mehr ja das war es dann und jetzt muss ich noch eine englische Sendung machen ja also Tschüssi bis bald das war der Abgesang auf Deutschland ja ich werde wahrscheinlich immer nur noch kurze Sendungen für Deutschland machen für den deutschsprachigen Raum weil Deutschland stirbt unaufhaltsam wenn diese Sendung jetzt nicht von allen geteilt wird dann sehe ich ja daran da ist keine Intelligenz da ist nichts keine Substanz die Deutschen können ihr eigenes Schicksal nicht mehr reflektieren die Intelligenz reicht dafür dann nicht mehr aus ja eigentlich müsste diese Sendung wenn die millionenfach geklickt würde da hätte ich vielleicht Hoffnung aber sie wird 50 mal geklickt werden also ist Deutschland verloren also Tschüssi bis bald in Englisch und in Deutsch der Sender News und Talks hat ja eine englische Playlist und in der landen in Zukunft die englischen Sendungen immer am Ende dieser englischen Playlist findet man die englischen Sendungen ich gucke mal ob es eine Übersetzung gibt Automatik Übersetzung Untertitel englische Untertitel oder so bei YouTube ich gucke mal also das war es für Deutschland Deutschland ist am Ende Deutschland ist tot und weiß es noch nicht ist schon tot weiß es nur nicht Tschüssi bis bald